Paddington! Du, die 24 Stunden sind schon fast oben, ne? Paddington! Bitte stellt mich auf einen Heizkörper, danke. Oh Gott, Paddington. Oh nein, du hast die Challenge völlig falsch verstanden. Du solltest doch nicht dich einfrieren. Ich nehme die ALS Ice Bucket Challenge an und nominiere den Panda bei Crowley Lochis und schaue mir scharf. Oh Gott, Paddington. Paddington, du Vogel. Wir müssen noch einen Film zusammen machen.